Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Heute möchte ich euch einladen mitzukommen. Ich möchte euch einladen teilzuhaben an einem Vergleich. Normalerweise machen wir ja auf unserem Kanal keine Autotests. Aber in dem Fall habe ich mir gedacht, das ist mal eine spannende Geschichte, die ich erzählen möchte. Und zu der möchte ich euch mitnehmen. Und zwar geht es darum, dass ich gerne zwei Hybridfahrzeuge miteinander vergleichen wollte. Und zwar einerseits den Platzhirschen, den Toyota Prius und andererseits einen der Herausforderer, nämlich den neuen Kona Hybrid. Es geht also in diesem Video über einen Vergleich, einen virtuellen Vergleich zwischen diesen beiden Fahrzeugen. Virtuell und auch praktisch. Und wenn ihr daran interessiert seid, wer der Sieger ist zwischen diesen beiden Fahrzeugen, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, warum eigentlich einen Vergleich machen zwischen zwei Hybridfahrzeugen? Hat sich das nicht völlig überlebt? Brauchen wir überhaupt noch Hybridfahrzeuge? Ich möchte diesen Vergleich-Test nicht machen, um irgendjemandem klarzumachen, dieses oder jenes Antriebskonzept zu kaufen. Das ist nicht unsere Aufgabe hier. Sondern ich glaube persönlich, auch aus eigener Erfahrung, dass wir noch eine ganze Weile mit Hybridfahrzeugen unterwegs sein werden. Ich glaube aber auch, dass es wahnsinnig interessant ist, mal zu gucken, was ist eigentlich so in etwa zehn Jahren Hybridentwicklung passieren. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, ich möchte mal sozusagen antreten lassen, unseren Toyota Prius. Ihr könnt ihn hier sehen. Das ist ein Toyota Prius 3. Ich zeige ihn euch gleich nochmal. Baujahr 2010. Und auf der anderen Seite steht schon sozusagen der Herausforderer, der neue, da ist er, der neue Kona Hybrid. Den Kona Hybrid, den kennen wir ja als inzwischen wirklich sehr attraktives und sehr beliebtes Elektrofahrzeug. Eigentlich so ein bisschen im Moment das Elektrofahrzeug, das irgendwie alles in sich vereint, was man sich von einem Elektrofahrzeug irgendwie erhofft und erwartet. Ein ganz tolles Fahrzeug, bin ich auch schon gefahren. Bin sehr beeindruckt gewesen von diesem Fahrzeug. In diesem Video möchte ich aber mal für alle, die sagen, naja, wer weiß, Elektromobilität und mit dem Laden und mit den Anschaffungspreisen und was weiß ich was alles ist mir alles auch im Prinzip egal. Ich habe einfach wahnsinnig Spaß und Interesse daran, mal diese beiden Konzepte gegeneinander antreten zu lassen. Deswegen habe ich hier die beiden Kontrahenten auch einfach mal gegenübergestellt und ich zeige sie euch mal ganz kurz, wenn wir einmal drum rumlaufen. Hier sind sie auch schon die beiden, die sozusagen gegeneinander antreten. Hier ist sozusagen der Herausforderer oder ja, man könnte auch sagen, einer der Herausforderer, nämlich der Kona Hybrid. Und rechts davon der Toyota Prius 3, Baujahr 2010. Jetzt werdet ihr sagen, ist das nicht ein bisschen unfair, einen zehn Jahre alten Toyota Prius gegen einen brandneuen Kona Hybrid antreten zu lassen? Nö, ich denke nicht, denn Toyota hat ja dieses Hybrid-Konzept schon über 20 Jahre im Programm, hat sehr viel Entwicklungsarbeit in dieses Hybrid-Konzept gesteckt. Und ich finde es einfach wahnsinnig interessant, einfach mal zu gucken, was hat sich denn eigentlich in den letzten zehn Jahren so getan? Wie soll dieser Vergleich stattfinden? Relativ einfach. Wir werden mit dem Kona Hybrid einen Urlaub verbringen. Der bringt uns unter anderem von Berlin nach Hamburg, von Hamburg nach Boltenhagen an der Ostsee und dann wieder zurück. Also werden so ungefähr 600 bis 700 Kilometer mit dem Fahrzeug unterwegs sein. Und da ich unseren Toyota Prius sehr gut kenne und mir über viele Jahre und Monate immer wieder bei allen möglichen Fahrten die ganzen Werte aufgeschrieben habe und die kenne, kann ich, glaube ich, die Verbrauchswerte nachher ganz gut miteinander vergleichen. Es geht mir nämlich in diesem Video wirklich hauptsächlich darum, mit welchem Fahrzeug ist man effizienter und ökologischer unterwegs. Ich bin hieran interessiert, weil ich möchte nämlich wissen, wie funktioniert der Kona Hybrid? Woher bekommt er seinen Strom? Ist es nun tatsächlich nur aus Bremsenergie zur Rückgewinnung? Oder kann der Kona auch, wie ähnlich der Prius, den Motor verwenden, um durch eine sogenannte Lastpunktverschiebung die Batterie zusätzlich zu laden? Und dann haben wir hier den klassischen Tarometer mit der Tankanzeige. Ansonsten das schön große Display. Ich habe mir das alles jetzt mal so eingestellt, dass ich hier auch den Energiefluss sehen kann. Natürlich kann man an dieser ganzen Geschichte jetzt schon sehen, dass es alles deutlich moderner als im Prius. Aber wie gesagt, das ist klar, es soll kein Vergleich sein, Kona Hybrid gegen den neuen Toyota Prius Hybrid, sondern es geht eigentlich um das Hybrid-System an sich. Also letztlich die Frage, hat Toyota zum Beispiel im Prius 3 oder im Prius 2 schon eigentlich den Stein der Weisen gefunden? Oder kann Hyundai hier noch eine Schippe oben drauflegen? Das ist jetzt die große Frage, die wir die nächsten Tage versuchen wollen zu beantworten. Ihr könnt also in diesem Energieflussdiagramm sehen, hier ist der Verbrennungsmotor, hier ist der Elektromotor, der auch als Generator arbeitet. Bitte nicht vergessen, im Prius gibt es zwei Elektromotoren, die unterschiedlich stark sind. Der eine ist eher zur Stromerzeugung, der andere für den Antrieb da. Die können aber auch andersrum gewechselt werden. Hier haben wir sozusagen das Rad, das die Bewegung des Fahrzeugs symbolisiert, hier ist die Hybrid-Batterie. Kurze Info zur Hybrid-Batterie beim Kona. Das ist eine Lithium-Ionen-Batterie, die unter der Rückbank untergebracht ist mit einer Kapazität von 1,56 Kilowattstunden. Beim Prius haben wir eine Hybrid-Batterie, die ebenfalls unter der Rückbank untergebracht ist oder halb unter der Rückbank untergebracht ist mit einem Energieinhalt von maximal 1,2 Kilowattstunden. Von diesen 1,2 Kilowattstunden sind, wenn ich mich richtig erinnere, knappe 30, 20 bis 30 Prozent nutzbar. Also nur ungefähr 220 Wattstunden. Jetzt ist der Kona eben angesprungen und ihr seht, er lädt jetzt die Batterie. Und da wird den Wagen natürlich nicht unnötig laufen lassen wollen. Können wir gleich losfahren. Aber, das ist schon mal ganz interessant, wir können nämlich erkennen, dass der Kona nicht nur durch Bremsenergie-Rückgewinnung die Batterie lädt, sondern auch über den Motor. Ja, jetzt sind wir also mit dem Kona Hybrid und haben uns auf den Weg gemacht, haben die ersten knapp 45 Kilometer gefahren. Ihr könnt sehen, der Verbrauch liegt bei 4,7 Liter. Und wer die Strecke Richtung Hamburg kennt, der weiß, dass man nördlich von Berlin erstmal ein bisschen Baustelle hinter sich fährt. Also knapp Tempo 60. Und ihr könnt an dem Energiefluss-Diagramm sehen, wir fahren hier jetzt im Modus, das ist der sogenannte serielle Modus. Das heißt, wir bekommen Strom aus der Batterie und auch vom Verbrennungsmotor gleichzeitig. Ja, also die Fahrerei gestaltet sich sehr einfach, sehr unkompliziert und ist immer wieder interessant. Hier fahren wir gerade allein elektrisch. Ich habe den Tempomat auf 60 eingestellt. Beobachtet auch mal links die Anzeige, die jetzt im Eco-Bereich steht und dort quasi wie festgenagelt ist. Das heißt, sich dort kaum hin und her bewegt und so gleitet man dann dahin und solche Fahrtstrecken dann hier überwiegend im Elektromodus. Die Anzeige hier Elektromotor 0,5 kW habe ich dann auch gelernt im Laufe der Zeit. Bezieht sich auf die durchschnittliche Leistung des Elektromotors jeweils immer in ungefähr 5 Minuten Abschnitten. Wenn man dann so unterwegs ist, kommt man natürlich auch bei schönstem Wetter im Kona Hybrid an Windkraftanlagen vorbei. Wir sind jetzt hier bei Tempo 110. Ihr könnt sehen, wir bekommen Energie aus der Batterie und vom Verbrennungsmotor. Das kann man hier auch sehr schön sehen. Die blauen und orangefarbenen Symbole, die also immer wieder, ich zeige euch nachher noch mal ein bisschen mehr davon anzeigen, in welchem Modus man gerade unterwegs ist. Ja, da wünscht man sich natürlich, man wäre vielleicht im Kona Electric unterwegs, könnte also die Energie, die hier an den Windkraftanlagen entsteht, dann auch an der Ladestation tanken und rein damit fahren. Aber gut, wir sind im Hybrid unterwegs und genießen die Fahrt. Wir sind im Hybrid unterwegs und genießen die Fahrt. Echte Hand, große Solarfelder, viele Windkraftanlagen, die sauberen Strom erzeugen. Und wir sind unterwegs und ihr könnt jetzt hier sehen, wir fahren nämlich leicht bergauf. Das ist jetzt ganz spannend, dass wir jetzt hier Energie bekommen vom Verbrennungsmotor und aus der Batterie. Und diese Energie, die hier jetzt aus der Batterie kommt, die wurde halt vorher im sogenannten Lastpunktverschiebungsmodus erzeugt. Das heißt, der Verbrennungsmotor läuft konstant durch, wahrscheinlich an einem sehr optimalen Wirkungspunktbereich. Und jetzt können wir Energie sozusagen, die wir vorher überschüssig hatten und in der Batterie gespeichert wurde, nutzen, um diese Anhöhe jetzt zurückzulegen, ohne dass der Verbrennungsmotor jetzt stärker arbeiten muss. Das Ganze bei Tempo 100. Ich habe festgestellt, dass das im Modus mit eingeschaltetem Tempomat besonders gut funktioniert und man sich eigentlich um gar nichts kümmern muss. Dann hat man dann diese Anhöhe sozusagen erklommen. Dann, da der Verbrennungsmotor ja konstant weiterdreht, erzeugt er jetzt eigentlich zu viel Energie und den Überschuss, der wird in der Batterie gespeichert. Da hat uns dann doch wieder eine Baustelle erwischt und ihr könnt hier links erkennen, der Verbrauch ist jetzt auf 4,6 Liter gesunken und wir fahren wieder in dieser Baustelle mit knapp Tempo 50 rein elektrisch. So, jetzt könnt ihr es wieder deutlich sehen. Es geht also eine Autobahnüberführung hoch und hier der Verbrennungsmotor wieder im Zusammenspiel mit der Elektromaschine. Dann sind wir oben angekommen, es geht runter und zack, seht ihr, wird die Hybridbatterie wieder geladen. Jetzt kommen wir in den RECO-Modus. Wir laden die Batterie also nur durch Bremsenergie-Rückgewinnung. Die Batterie ist auch sehr gut gefüllt. Immer wenn geladen wird, erscheint so ein Blitzsymbol. Es geht wieder ein bisschen bergan. Hier in Griffesmühlen gibt es auch eine Solarstrom-Tankstelle. Wer also hier mal vorbeikommt und Solarstrom tanken will, der kann das hier rechterhand machen. An den Stadtwerken steht so ein Solarkarport hier. Wir fahren jetzt direkt dran vorbei, rechts. Und dort könnt ihr euer Elektroauto mit Solarstrom laden. Im Vergleich zum Prius kann man hier dem Kona schon Pluspunkte einräumen. Er nutzt noch intensiver dieses Zusammenspiel, gerade auch bei höheren Geschwindigkeiten. Der Prius kann rein elektrisch nur bis 75 kmh fahren. Dann haben wir Griffesmühlen hinter uns gelassen. Wir haben noch ungefähr 10, 11 km bis zu unserem Ziel. Entschuldigung, etwa 15 km bis zum Ziel. 11 km, das könnt ihr hier am Navi sehen, bis zu einem Kreisverkehr. Und beobachtet jetzt einfach mal diesen Wechsel zwischen den unterschiedlichen Fahrmodi. Schaut mal auf die Angabe im Display. Links. Wir hatten also hier jetzt auf dieser Strecke einen Anteil von 3 kW von der Elektromaschine, die im Durchschnitt 3 kW dazugegeben hat. Und das ist schon fast eine rein elektrische Fahrt. 50 kmh schafft man mit ungefähr 5 kW. Und ihr könnt auch beobachten unter dem Wort Energiefluss, da steht dann mal Laden, dann steht mal Hybrid da. Hier kann man also auch nochmal eine Textanzeige bekommen, in welchem Modus der Kona gerade unterwegs ist. Hier sind wir jetzt in dem Modus, das könnt ihr sehr schön sehen. Wir fahren geradeaus und der Verbrennungsmotor liefert konstant Leistung. Ein Teil davon geht in den Antrieb, ein Teil in den Elektromotor und von dort in Form von Strom in den Akku. Wer also der Meinung ist, in einem Hybrid wird der Strom nur mal so ganz kurz zum Anfahren benutzt, der irrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017